Es ist eine grosse Ehre, dass ich den Best Swiss Player Award gewonnen habe. Ich möchte mich bei allen bedanken, die für mich gewollt haben. Es ist eine grosse Ehre und es zeigt mir, dass sich die harte Arbeit lohnt. Danke! Ich bin sehr glücklich, dass ich den Best Swiss Player Award gewonnen habe. Das bedeutet viel für mich. Ich habe viel Zeit investiert. Ich habe viel Gewalt gegen meine Freunde, meine Studie gemacht. Meine Familie hat mich sehr unterstützt. Ich bin sehr glücklich, dass es sich wieder erkannt hat.